Sarafina Wollny ist wieder schwanger. Das teilte sie ihren Fans an Weihnachten mit und machte so ihr persönliches Weihnachtswunderpublik. Nach den Zwillingen Amory und Casey, die 2021 zur Welt kamen, kommt jetzt Kind Nummer 3. Auf Instagram gibt der Reality-Star ein Baby-Update. In einer Fragerunde erzählt sie, dass sie noch ab und an mit Übelkeit zu kämpfen habe, es ihr aber gut gehe. Außerdem verrät sie, es wird ein Kaiserschnitt. Durch eine mehrmalige Operation am Steißbein sei eine natürliche Geburt zu riskant, erklärt sie ihren Fans den Grund für diese Entscheidung. Also möglich wäre es, aber das Risiko ist zu groß, dass es reißt und sich wieder entzündet und weitere OPs anstehen. Deswegen werden wir kein Risiko eingehen. Eine weitere wichtige Frage, die Sarafinas Follower unbedingt erfahren wollen, ist der Name des Kindes. Bisher hat sie nichts durchsickern lassen, nur so viel. Falls sie und ihr Mann Peter eine Tochter bekommen sollten, soll diese zwei Namen erhalten, die bereits vor der Geburt von Amory und Casey in Frage gekommen sind. Die Mädels Namen stehen noch auf unserer Liste. Und wenn es ein Mädchen wird, bekommt sie auch beide Namen.